Im heutigen Regiotalk geht es wieder um Sport, und zwar um Handball aus aktuellem Anlass, aber auch, wie es ein spezieller Mensch ist. Unser Talkgast ist Igor Staminov. Er ist seit 17 Jahren Handballer, Profi-Handballer gewesen, mittlerweile nicht mehr als Profi, aber immer noch in der NAZIA. Igor Staminov. Vor 17 Jahren bist du nach Basel in die Schweiz gekommen und du bist bleibe. Hättest du dir das dort erwartet? Nein, wenn einer mich vor 17 Jahren fragt, würde er sagen, ja. Ich glaube nicht, aber in der Zeit, als ich hierher kam, fand ich, dass Basel super ist. Und dann habe ich spontan noch meine Frau kennenlernen. Und dann, ja, waren wir zusammen. Und dann nach der Zeit, ja, habe ich gefühlt, dass, ja, das muss hier bleiben, ja. Das ist schon bemerkenswert, oder? Andere wechseln irgendwann in den Verein. Du bist aus 23-Jährigen gekommen, aus Serbien. Hast du nicht viel gewusst? Du bist alleine, ohne mich an. Und dann hat sich das so zugegeben. Ja, für mich ist alles Neues hier. Und neue Kultur, neue Menschen, oder? Und, ja, von daher musste ich einfach mithalten und mitmachen und so, oder? Ich wusste auch nicht alles, was hier läuft, oder? Und dann noch parallel, oder? Wo bin ich mit Leuten zusammengekommen? Am meisten mit von RTPO Freude und so. Und, ja, so ist es einfach, ich weiss auch nicht, aber einfach gekommen, weiss nicht. Und am Anfang warst du Profi-Spieler. Du bist ja in eine Nazi A-Mannschaft hineinkommen. Ja, genau. Echt starki eigentlich. Dort hat es noch koreanische Profi-Spieler gegeben. Ähm, hast du das alles noch präsent, oder? Ist halt schon länger her. Ja, da, wo ich gekommen bin, habe ich gerade einen Profi-Vertrag gehabt, oder? Und dazu habe ich auch noch viele andere Angebote gehabt. Aber ich habe mich entschieden, hier in Basel zu kommen. Und dann kam auch noch koreanische Profi-Spieler. Und, äh, ja. Das war einfach so, ja. Du hast jetzt gesagt, du hast immer wieder Angebote gehabt. Du bist auch mal zum besten rechten Flügel der Liga gewählt worden in der Schweiz. Andere Klübe haben um dich geholt. Ich glaube auch aus dem Ausland. Und du bist immer geblieben. Das spricht für dich. Das ist aber untypisch für einen Sport, oder? Ja, das stimmt. Ich habe wirklich sehr viele Angebote gehabt. Aber ich weiß nicht, ich habe mir auch nicht Vertrauen in Wachko von Basel, oder? Wenn ich mich da gefühlt habe, kann ich wirklich glücklich sein. Mich hat auch nicht unbedingt Geld interessiert. Mich hat mich mehr interessiert, äh, Menschen. Und, äh, ich habe wirklich Freude gehabt. Mit den, die ich zusammen trainiert habe. Die, die ich spiele. Die, die verkehre ich heute. Und, äh, ja. Mich hat einfach keinen anderen Verein interessiert, ja. Und ich habe überall abgesagt. Ich habe gesagt, ja, das interessiert mich nicht. Und ich will einfach nicht gehen, ja. Also, du hast jetzt nur erwähnt gehabt. Du hättest vermutlich an einem anderen Ort viel mehr verdienen. Aber du hast gesagt, da bin ich zu Hause, da habe ich mit Wurzeln. Ja, das stimmt, ja. Ich habe wirklich sehr, äh, 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 sehr viel und sehr hohe Angebote gehabt. Wo habe ich vielleicht fünf, sechs oder sieben Mal mehr verdient. Und, äh, ich habe gesagt, ja. Das ist mir wirklich kein Geld, oder? Ich weiss nicht, wenn, äh, wenn einer mir Angebote von Millionen gäbe, wäre ich nicht einmal gegangen, ja. Ich habe noch einmal gelesen von dir. Du hast schon einmal gesagt, äh, du spielst nur noch beim Erdenfrauen. Du spielst niemand mehr anders. Ist das immer noch so? Ja, das stimmt, ja. Und ich bleibe da, ja, so lange der Verein braucht mich. Und wenn er braucht mich nicht oder so, dann kann ich vielleicht auch etwas anders machen und so. Und, äh, ich will einfach, ich will einfach nicht wechseln und, ja. Ich bin da glücklich, dass das reicht, ja. Jetzt dürfen wir, glaube ich, auch sagen, du bist in diesem Jahr 40 geworden. Mhm. Ähm, und du spielst in dieser ACA mit, wie wenn du 28 wärst. Wie machst du das? Ich weiss nicht, ich mache das mehr von der, äh, von der Harz, von der Wille und so, und, ja. Und, ja, ich bin auch nicht, äh, irgendwie so gross verletzt bis jetzt. Mhm. Und ich habe auch Glück gehabt, oder? Und ich habe gerne auch ins Training gekommen. Und es macht mich immer noch Freude. Und, ja. Darum das, ich glaube, ja. Und dann habe ich eigentlich, ich weiss auch nicht, drei Wochen oder so. Und nach drei Wochen habe ich wieder angefangen zu trainieren, ja. Ja. Jemand hat mir mal gesagt, Igor, der kennt keinen Schmerz. Kannst du das unterschreiben? Ja, ich habe schon vielleicht weh und so, aber, ja. Sobald habe ich Ball und sobald bin ich in der Halle, verrasse ich dann alles, ja. Jetzt sind wir gerade noch bei der aktuellen Situation. Du hast gesagt, wenn du einen Ball hast, dann ist das Alter irgendwie nicht mehr relevant. Du hast eine vorbildliche Einstellung. Der RTV ist in einer kritischen Phase. Die haben jetzt noch zwei wichtige Spiele. Mhm. Wie sieht es aus? Ja, wir spielen noch zwei Matches zu Hause. Und, äh, wir müssen einfach gewinnen und dann, äh, probieren wir das Playoff zu erreichen, ja. Ich habe noch einmal gelesen in den letzten Tagen, Wundertüte, RTV. Was sagst du dazu? Uff. Ich weiss nicht, das kann ich nicht so viel sagen. Das ist einfach eine Mannschaft, wo man nie recht weiss, was passiert, wie das heissen, oder? Jetzt ist auch so eine Situation, wenn wir alle gesund sind und so. Ich denke, das schaffen wir mich schon, ja. Das ist auch Punkt, ja. Und, ähm, wie lange spielt Riga noch weiter? Uff, das kann ich noch nicht sagen, ja. Ich glaube, äh, ja. Ich spiele heute zum Tag bis morgen und weiss auch nicht. Vielleicht noch Monate, noch zwei, ich weiss ehrlich gesagt nicht. Und, äh, ich fühle mich gut. Und, äh, ich mache, wie lange geht. Vielleicht, ja. Vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr und so. Und, ja. Und du bist ja beruflich sehr stark engagiert, oder? Du bist, du bist nicht mehr Profi. Ja, ich bin immer Profi. Aber, ja. Ich spüre auch nicht, wenn ich in die Haare komme, ob ich vorher am Arbeiten war oder nicht. Ja. Mir ist das, ja. Einfach alles egal, ja. Okay, Igor. Dankeschön vielmals für dieses Gespräch. Und, äh, alles Gute. Und noch auf weitere Jahre, wo wir dich können, äh, wo wir dich können zujublen und dich sehen in der Schweizer Nazi an hoffentlich. Merci vielmals. Danke, meine, vielmals. Dankeschön.